Umgang mit Maskerade anderer Manchmal hast du mit Menschen zu tun, da hast du das Gefühl, die veranstalten eine große Maskerade. Die geben sich ganz anders, als sie sind. Du würdest ihnen gern die Maske vom Gesicht reißen. Aber das musst du gar nicht. Wir spielen so viele Rollen. Im Grunde genommen schon Mensch zu sein, ist schon eine Maske. Daher, wenn Menschen gerade eine Maskerade dort abziehen und du durchschaust das, dann kannst du das mit Humor nehmen. Natürlich, wenn du feststellst, sie ziehen eine Maskerade ab, um damit andere zu betrügen, dann solltest du andere dort warnen. Ansonsten, die meisten Maskeraden von Menschen sind eher harmlos.